Jo Leute und damit willkommen zurück zu Sparks Challenge. Wieder dabei der Flash-Shooter und das ist jetzt meine liebste Aufnahme. Und ich habe das Villager doch mal im letzten Mal gefunden. Ja, er ist so ein Arsch und ich häng immer noch ein Pferd drauf. Aber weißt du was das beschissen ist? Die haben kein Feld gehabt, wo ich Weizen ernten kann. Ich will hier runter, lass mich runter du dummes Pferd. Ey, warum haben die kein Weizen angebaut, die Villager? Wie komm ich gar nicht vom Feld abstecken? Äh, SHIFT-E. SHIFT-E? Oder SHIFT-Rechtsklick oder sowas. Kann man hier nicht runter. Ach man, irgendwie geht das. Das ärgert mich jetzt, warum haben die jetzt hier nichts... Ah jetzt. Warum ich kein Weizen hab? Was soll das? Weil ich muss mir nicht schnell meine Spitzhacke noch einsammeln. Ach toll, ey. Die haben kein Weizending, Weizenfeld. Jetzt bin ich ein armer Junge und sterbe gleich wieder in Hunger. Wie lange? Ich fress die Rottenfleisch, komm. Egal. Ich kann die Samen schon mal fertig machen, also hab ich den nächsten Punkt abgeschlossen. Bist du Pferd denn behindert? Das geht einfach weiter in die Höhle rein, ja? Ne ist klar. Oh, mein Handy vibriert erstmal schön in der Aufnahme. Ist auch nix neues. Muss ich das eigentlich gefüttern, das Pferd? Weiß ich nicht. Ich wollt's mit Rottenfleisch. Nein, ich glaub mit Heu oder sowas. Oh, ich muss jetzt irgendwie was essen hier. Das schaff ich nicht mehr nach Hause. Nein, keine Fehler. Gib mir doch das rohe Hühnchenfleisch. Nicht da runter, nicht da runter, nicht da runter. Fick dich, fick dich, fick dich. So, hättest du in die Richtung laufen, da müsste mein Dorf doch sein, oder? Und ich habe wieder das Texture Pack gewechselt, weil Default ist so, natürlich ein bisschen krebserregen für die Augen. Das ist doch widerlich, ey. Komm Pferd, du bist meins, komm. Also liebend tut das mich, aber es heucht trotzdem nicht auf mich. Ja, hättest du vorher gucken müssen, wie du das Lassow machst. Ach, scheiß doch. Und du findest ja in den Netafestungen, findest du ja, ähm, die Sattel, beziehungsweise die Armor für die Dinger. Ja, man kann die immer noch nicht wieder craften einfach, ne? Weiß ich nicht. Kann man die nicht craften? Ich bin der Mann noch nicht, man kann die nur finden. Aber ich weiß doch, wo die Pferde sind. Solange die nicht verrecken, ist das ja egal. Am besten verrecken sie jetzt. Oh nein, und hier sind überall Queeper, ey. Fick dich. Du darfst das F-Fort nicht mal sagen. Doch, mein Let's Play darf ja alles. Boah, Queeper, geh jetzt drauf und nehm mich nicht mit. Dankeschön. Äh, ja, ja. Das ist noch die... Wüste, aber bestimmt keine Festung da. Boah, ich geh drauf. Ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Ich will nicht sterben, ich bin doch noch so jung. Du. Wo hab ich jetzt mein Haus gelassen, ey? Okay, drei Wolle hab ich schon mal. Ja. Ach man, wo hab ich denn mein Haus? Ey, ich hab Orientierungssinn, ey, das glaubst du nicht. Man sollte sich auch die Koordinaten merken, ne? Nein, ich mach doch kein F3. Ich sterb gleich. Ja, du sterbst lieber. Ich sterb gleich an ne Hungertod. Was, ne verfickte Hexe? Ja, das hätten sie auch finden lassen sollen. Naja. Oh nein, ich sterb gleich für die Eisenbahn. Danke für eine Eisenbahn, du scheiß Zombie. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich nicht hängen, ey. Lass mich nicht hängen. Wo ist mein Differ vergiftet? Das gibt's nicht. Wo ist es denn? Nein. Zwei Skelette. Oh, verdammt. Ach du Scheiß, da ist ein Skelett mit verzauberten Bogen. Verdammt, ey. Jetzt muss ich das suchen, schnell. Da waren meine Kürbissamen dabei. Oh, wo ist denn das Dorf? Jetzt suche ich mich wieder zu Tode. Verreckt, du scheiß Skelett. Ja, ja. Er ist tot. Ist das nervig, ey. Kriegst mich nicht, 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 kriegst mich nicht. Boah, ich hab gesagt, du kriegst mich nicht, du Missvieh. Nein, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Hoffentlich stirbst du, hoffentlich stirbst du, hoffentlich stirbst du. Boah, geschafft. Ach, Zombie, verpiss dich, hau ab. So, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo es war. Da vorne ist das Villagerdorf. Verreckt hier fast. Ja, frag mich mal im Dunkeln. Da ist das Villagerdorf, okay. Nein, noch mehr Zombies. Und dann bin ich da irgendwo dann gegangen. Ich muss hier weg. Du stirbst gleich. Das ist echt so, da kommen noch mehr Zombies dann an. Naja. Komm schon. Ja, ist klar, Creeper. YOLO. Ich verreck hier auf jeden Fall gleich. Nein, Skelett mit Russi. Ey, wo bin ich denn lang gelatscht? Und ich hab nichts zu essen dabei. Ja, und ich weiß nicht, wo ich lang gelatscht bin und meine Creepers sind dann weg. Ich weiß, wie ich gelaufen bin, das ist das ja. Oh, ich hab mir irren... Ey, ich hab wirklich so einen Orientierungssinn wie ein Schwamm. Ach, jetzt kommt auch nur eine scheiß Spinne. Verpiss dich, du Mist hier. Und ich kann nicht sprinten. Ja, tröste dich. Nicht nur du. Boah, wo bin ich denn lang gelatscht, ey? Wie gemein ist das denn? Das ist wirklich gemein, ey. Och ja, ist klar. Schon wieder drei verfickte Creeper. Bin ich denn da weitergegangen? Ach, Mann. Du, jetzt sind meine Kürbissamen weg, ey. Ah, ja. Das heißt, ich hab die Challenge... Das ist aber schuld. Ja, warte mal. Zählt das dann eigentlich? Nein, du musst die haben. Du musst die behalten. Verdammt. Du musst die behalten, haha. Und ich kann nicht mehr sprinten. Oh, nein, ey. Weißt du was? Was? Ich hab's heute nach Hause geschafft. Ja, toll. Ich nicht. Ich find noch nicht mal mein Equipment, weil ich... Gute Nacht. ...orientierungssinn hab wie ein Schwamm. Na, wie immer. Und sprinten. Ich sollte mir mal endlich Sand mitnehmen, weißt du das? Sand, 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 Sand. Ich bin, glaube ich, hier lang gelatscht. Hoffentlich, ey. Das ist meine letzte Chance. Boah, ich hab nichts mehr zu essen. Such den Dorf. Ach, da hab ich noch ein bisschen Weizen. Das ist jetzt geil wäre, noch ein zweites drauf zu finden. Zack, ein Boot. Hier bin ich lang gegangen, hoffentlich. Oder? Ach, Mann. Bei mir leckt das wohl so beim Laden ein bisschen. Naja, es geht. Ich hab Konstanz zu 30. Ich hab auch nur 30 angegeben. Ne, ich mein mit Felderladen, ne. Achso. Okay, da oben sind wir schon... Hallo, Creeper. Ich glaube, ich glaube... Also rennen kann ich schon wieder. Ich nicht. Ich glaube, ich hab mein Inventar verloren. Das steht fest. Oh. Ich hab wirklich... Orientierungssinn wie ein Schwamm. Ja, ist normal bei dir, ne? Ach, Melno. Aufspinner. So, jetzt hört sich wenigstens meine Leiste auf. Ja, das Geile ist, ich hab schon wieder mehr Pfeile, aber keinen Bogen bekommen gerade. Ich, ich sterb gleich schon wieder. Ich sterb jetzt gleich schon wieder. Ich sterb jetzt gleich schon wieder. Boah. Ja, ein Leer, ein Herz nur noch. Tot. Aha. Verreckt doch, Mann dauernd. Ja, ey, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wo ich mein, mein Haus hab. Ich weiß gar nix. Ich hab ein Sumpf, ein Sumpfgedächtnis hab ich. Hm, ist normal bei dir. Ob ich denn mein Haus hinbekommen? Alles geletzt. Willst du mir mal deinen Bogen geben? Nein. Habeck, du Vieh. Ja, Pfeile und Knochen, da leck mich. Ist eindeutig gemein, ey. Pfingst. Achso. Eindeutig gemein hier. Ja, alles ist gemein hier. Toll. Hi Schafe, ich brauch euch nicht. Ich hatte nur Kürbisse mit, Gott sei Dank. Warum sind hier aber nur Schafe? Ich glaub, was ist das? Höhen-Eingang, okay. Voll so ein Krater und noch ein Höhen-Eingang dabei. Boah, ich könnte abkotzen, ey. Ich auch. Ja, du. Sag grad der Richtige, ey. Du hast wenigstens ein Bett. Ich hab nur ein Dorf. Cool, ne? Hm. Alles klar, wie geht das voll bergab? Autsch. 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 Hallo, Villager, geht doch alle rein. Jetzt muss ich hier warten, bis es Tag ist, oder was? Hm. Oh, nein. Ich hab drei Skelette vor der Haustür. Oh. Ey, toll, ey. Das ist natürlich jetzt ne geile Aufnahme hier, ne? Hm. Ja, ja, schläg mal. Ist dat geil. Findest du? Ja, ich weiß nicht, wo ich mein Haus hab. Ich weiß gar nix hier. Ich hab nen Sumpf gerechnet. Oh, Mann. Das ist doch ärgerlich. Boah, das ist scheiße, dass hier Optifine noch nicht gibt. Warum? Die Version. Weil er würde das bei mir alles besser laden. Nein, da sind die doch noch. Hallo, Hühnchen. Ja, komischerweise lädt er, lädt dann Optifine, also lädt mit Optifine die Welt besser bei mir. Weiß ich nicht. Kann ich nicht, jetzt, kann ich nicht sagen. Dört Hühnchen. So, ich versuche jetzt nochmal irgendwo hinzulaufen, wo ich vielleicht mein Dorf irgendwo hab. Boah, du brauchst was zu essen. Naja. Ich sterb gleich schon wieder. Ich renne hier grad ganz so geradeaus. Ich glaub ich werd schon wieder sterben, wie ich mich kenne. Cool. Oh, Skelett. Aitch. Ainbottas. Nein, ich kann nicht rennen und jetzt kommt wieder ne Spinne. Boah, das geht mir grad so ein bisschen auf die Nerven mit dem Lahn. Mipmap-Stufe. Wofür ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Boah, die Sterbenspinne. Ich klatsche jetzt unter Wasser weg. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur heile nach Hause kommen. Mipmap-Stufe hab ich jetzt ausgemacht und jetzt lädt die Welt besser. Okay. Hühnchen. Ich sterb. Ach ja, und ich hab meine ganzen, meine schönen 19 Level, oder... Ne, ich weiß gar nicht, wie viele ich überhaupt hatte. Alle verloren. Ja. Aha. Ich weiß gar nicht, nur drei oder so, oder vier schon. Toll. Ich renne grad nur geradeaus. Ja, und ich suche mein, zumindest mein Zuhause, mein eigenes Zuhause. Also eigentlich Kürbel? Oh nein. Oh nein. Oh, ist nicht weich. Das ist genau parallel zum Dorf. Ha. Pfui, ey. Pfff. Hast du es gefunden jetzt, oder was? Ja, ich hab's jetzt wieder gefunden. Ich muss mir erstmal wieder Sachen herstellen. Eisen... Ich geh in die... Äh... Kawa... Bäh... Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Oh, das ist nicht euer Ernst hier. Doch. Aber sowas von. Ich glaub, ich werd mir Fackeln mitnehmen und das erstmal ausleuchten, wo ich hingehen muss. Ach ja. Ach so, jetzt zeig ich sogar Angriffsschaden. Drei, vier, okay. Mhm. Ich brauch erstmal Holz. Zuerst glaub ich keine. Ja, das war ja auch neu, dass das ging. Ja. Okay. Warte mal. Das ist doch nicht hier in der Ernst, ne? Sounds. Hier schwebt einfach mal wieder so ein Stück Fels oben in der Luft rum. Aha. Also das geht jetzt auch schon wieder Lust damit, oder was? Mhm. So wie zu Anfang? Nein, und ich hab kein Zuckerrohr mehr. Das hab ich doch alles mitgehabt. Oh, geile Sache. Das ist doch nicht wahr, ey. Findest du erstmal schön Kürbis? Nein. Stirbst wieder. Mhm. Hätt ja am besten irgendwo hingesetzt, ey. Alles deine Schuld, du bist so blöd. Egal, dafür hab ich ein Dorf gefunden. Oh, toll. Schon noch nicht, aber ich hab so viel Wüste übrigens rum. Äh, hoffentlich findest du keine. Gibt gar nicht mehr. Hoffentlich findest du das nicht, hoffentlich. Komm schon, ey. Müsste wird gemein, der Typ zu mir. Oh, komm. Du kriegst keine Runde Mitleid von mir. Naja, wenigstens hab ich Zuckerrohr ganz viel. Egal, Lava-Feld. Hier ist zumindest Lava. Ja, cool. Ich lass grad, ob sie dann brennen. Eisen brennen. Und zumindest einmal nehmen kann. Kein Apfel. Okay. Oh, hier ist Kohle. Die brauch ich ja noch nie ab. Die ist über Lava. Äh, zack. Zeit ist auch schon wieder fast rum. Mhm. Hab ich ja super viel geschafft. Ich hätte ja was schaffen können. Nein. Nö, stirbst lieber. Ich weiß. Ja. Genau wie ich. Oh, ich hab Bambus wieder gefunden. Nice. Nicely, nicely. Ich glaub, ich muss immer stackweise Fackeln mitnehmen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Über den Fackeln. Als Wegweiser, ne? Ja. Aber sowas. Weil dafür brauchst du auch was weiter an Kohle. Das ist egal. Das wär mir sowas von Furz, dass ich das nicht finde. Egal, ich hab Bambus wieder gefunden. Ja, ne? Findest du? Findest? Oh, nein. Ich hab's ja vermisst. Findest du? Findest du? Ja, find ich. Cool. Ja, Bambus wieder gefunden. Das ist schon mal Nicely, Nicely. Ich ernte erstmal meinen Bambus. Da ist noch mehr Bambus. Bambus. Let's go. Und dann hab ich erstmal ganz viel davon noch. Mir fehlt nur noch das Leder dann. Ja, mach da ne Kuhfarm. Ne Kühfarm. Oh, toll, ey. Dann muss ich dir erstmal rüberkaufen. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Jedes Mal wenn ich springe, sag ich, alles deine Schuld. Deine Schuld. Deine Schuld. Verreck. Also wenn ich mich kenne, verreck ich gleich sowieso wieder. Ja. Standard, ne? Ach, nix neunisch. Boah, die Zeit ist echt gleich schon wieder um. Naja, klar. Geht so schnell. Zwei, drei machen. Zwei, drei kann ich gleich noch machen. Dann muss ich's wirklich erst vendern. Ja, sonst geht das nicht mehr. Ja, ich kann noch genug machen. Ja, ich hab bis jetzt noch keine neue Festplatte gekauft. War zu faul. Obwohl wir jetzt einen Expat in der Nähe haben. Okay. Aber war ich noch nicht da. Ach ja, ach ja. Schwebende Sandblöcke. Schwebende Sandblöcke. So, ach ich find hier kein Dorf und keine Pyramide. Das wär schon geil, eine Pyramide zu finden. Fuck. Ne. Doch. Ne. Doch. Oh, so hat voll. Eine schöne Pyramide jetzt finden. Wie macht man denn den Apfel? Ja, bevor wir den Apfel noch machen, würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme, ne? Ja.